Da sieht man, dass der Kampf gegen Umweltverschmutzung und für saubere Luft auch eine soziale Frage ist. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der man Geld machen kann, wenn man die Zukunft der Menschheit aufs Spiel setzt. Du hast erst E-Mobilität gesagt und die gibt es schon sehr lange. Also die Straßenbahn, die elektrische fährt schon 100 Jahre. Neu wäre jetzt ein Elektroauto. Probleme, die wir heute mit dem Auto haben, bleiben.